Musik Vom 22. bis 28. Januar 2024 werden am Sachsen Energieeiskanal in Altenberg die 52. Phil-Rodl-Weltmeisterschaften ausgetragen. Damit ist die Rennschlitten und Popan im Osterzgebirge nach 1996 und 2012 zum dritten Mal Schauplatz und Gastgeber der Wettkämpfe im Rodeln. Seien Sie live dabei, wenn die besten Rodler der Welt um die Medaillen kämpfen oder verschenken Sie Gutscheine oder Eintrittskarten für das Wintersport-Highlight 2024. Infos und Tickets gibt es unter www.wm-altenberg.de Wir sehen uns letzte Januarwoche 2024. Sachsen Energieeiskanal Altenberg. Musik Musik